So, Hallihallo meine lieben Jungfrauen, Jungfrau Placements, das heißt auch Jungfrau Mond, Aszendent und Venus Zeigend sind hier herzlich willkommen. Aber auch Crosswatcher, wenn ihr für eine Person im Zeichen der Jungfrau guckt, dann seid ihr natürlich auch ganz herzlich willkommen. Mache ich manchmal auch, ist auch immer spannend, die Belegungen zu gucken von der Person, mit der man es zu tun hat, sodass man es nicht übertreibt. Kurze Anfangsinformation, ihr wisst, das ist ein kollektives Reading, das heißt, es kann nicht immer auf alle zutreffen, kann aber auf dich zutreffen und nimm dir einfach das raus, was für dich passt. Wenn es nicht auf die Liebe ist, kannst du es auch auf was anderes ummünzen. Wir hatten auch viele Legungen vorher, die gar nicht wirklich auf die Liebe abgezielt haben. Grundsätzlich soll aber das Thema eigentlich die Liebe sein. Ja, was gibt es noch zu sagen, liebe Jungfrau? Zeit ist immer flüssig, das heißt, es kann im März sein, dass was passiert. Es kann aber, nee, das ist ja nicht die richtige. Es kann im März sein, es kann aber auch im... Also kann etwas davor sein, finde ich ja voll verwirrt. Seid ihr verwirrt zur Zeit, Jungfrau? Habt ihr vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten? Ich habe das jetzt als erstes, dass ich irgendwie so schwierig die Worte finde oder irgendwie hängen bleibe. Vielleicht habe ich auch ein bisschen hängen geblieben, auf eine Art und Weise. Ich habe hier für euch schon mal die Karten Neun der Stäbe und der König der Stäbe. Jungfrau, ihr seid im März sehr vorsichtig. Ihr seid im März ganz, 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 ganz vorsichtig in Bezug auf einen Menschen. Es kann es sich um ein Feuerzeichen handeln. Ein Menschen, der euch ganz viel Eindruck macht. Ein Mensch, der sehr viel Selbstbewusstsein hat. Der aber auch sehr viel Sexappeal hat, sage ich jetzt mal. Ja, Feuerzeichen haben sowieso viel Sexappeal, würde ich mal sagen. Es kann sich um ein Löwenwieder oder Schütze handeln. Ich hatte jetzt irgendwie noch Skorpion im Kopf, obwohl das kein Feuerzeichen ist. Ja. Es hat eben hier auf der Abbildung hinten ein Skorpion drauf. Deswegen könnte es auch das sein. Ja. Dieser Mensch macht dir Eindruck. Du hast aber, du bist sehr vorsichtig. Du hältst dich zurück in Bezug auf diesen Menschen. Weil du irgendwie da noch Bedenken hast. Auf irgendeine Art und Weise. Bei der Kelche haben wir. Der Magier. Du vermutest hier bei diesem Menschen, dass er dir nicht toll ist. Du vermutest bei diesem Menschen, dass dieser Mensch vielleicht auch mit anderen Frauen, anderen Männern zu tun hat. Und deswegen sagst du hier, hey, ich löse mich komplett von diesem Menschen. Ich konzentriere mich nicht nur auf diesen Menschen, sondern ich manifestiere mir hier einfach meine Wunschbeziehung. Ich manifestiere mir hier genau das, was ich mir wünsche. Und somit wird auch das kommen, was ich möchte. Sagst du, liebe Jungfrau. Weil es bringt nichts, dir da den Kopf zu zerbrechen. Sagst du dir, du gibst den Kampf auf. Ich habe hier die Karte, aber ich habe sie auf dem Kopf. Hier geht es eigentlich um Kampf. Du gibst den Kampf auf, aber nimm das jetzt nicht negativ auf. Weil das hat wirklich keinen Wert, da jahrelang zu kämpfen. Wenn du nicht genau weißt, ist diese Person mir überhaupt treu? Ist diese Person überhaupt nur an mir interessiert? Oder gibt es bei der Person vielleicht auch andere Menschen, die sie interessieren? Von daher gibst du erstmal den Kampf auf und sagst, hey, ich konzentriere mich einfach auf das, was ich möchte. Ich manifestiere mir das, was ich möchte. Und lass von diesem Menschen erstmal los. Das heißt nicht, dass dieser Mensch definitiv nicht dein Traumpartner sein kann. Aber du lässt somit von deinem Ego los und lässt, gibst die Verantwortung, also nein, du gibst nicht die Verantwortung ab. Das ist auch falsch. Aber du gibst die Ereignisse ans Universum ab. Also du gibst einfach ans Universum ab oder an Gott, wie du das immer auch nennen magst. Und dass das für dich geregelt wird. Dass das Richtige für dich kommen kann. Und das ist genau die richtige Entscheidung, liebe Jungfrau. Du wirst dich verlieben. Du wirst dich im Ernst ziemlich sicher verlieben. Du wirst Erfüllung erfahren. Du wirst emotionale Erfüllung erfahren, wenn du genau das hier so machst. Und sagst, okay, ich lasse jetzt erstmal von dieser Person los. Ich werde manifestieren. Ich werde mich aufs Manifestieren konzentrieren. Ich werde mir genau diesen Mann anziehen, den ich mir wünsche. Ich werde mich darauf fokussieren. Den Kampf erstmal aufgeben um diesen Menschen, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Und dann wird es hier kommen. Automatisch. Wow. Jungfrau. Richtig, richtig schöne Legung. Ich möchte für dich mal noch kurz gucken, um wen es sich hier handeln könnte. Dieser König der Stäbe. Gucken wir, ob wir da noch ein paar Character Traits für euch herausfinden können. Mit den Animal Spirit Carden, Carden, Apes, Lobos. Oh mein Gott. Okay, das ist eine sehr, sehr vielseitige Person. Das kann ich euch schon mal sagen. Es sind gleich drei Karten gekommen. Und zwar haben wir einmal Feuer Element. Wir haben einmal Wasser. Und wir haben einmal den Drachen als Spirit Element. Ich kann euch mal kurz die Karten zeigen. Vielleicht könnt ihr euch dazu eine Person vorstellen. Einmal den Drachen. Dann haben wir den Gepard, der für Feuer steht. Und dann haben wir noch den Fisch fürs Wasser. Also, was ich hier sehe. Was für eine Art von Mensch. Das ist ein Mensch. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch ist sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen, aber sehr stark von seinen Gefühlen geleitet. Dieser Mensch ist mehr in seiner weiblichen Energie als in seiner männlichen. Weil Wasser und Feuer sind beides emotionale Energie. Gut, Feuer ist männliche Energie. Kann schon sein, dass er das ausgeglichen hat. Okay, muss ich mich zurücknehmen. Weibliche und männliche Energie ist vielleicht ausgeglichen bei den Menschen. Aber er ist nicht viel im Kopf, was ja eigentlich eher männlich ist. Er ist viel mehr im Gefühl. Er ist ein definitiv, oder sie. Kann natürlich auch eine sie sein. Definitiv mehr im Gefühl. Und lässt sich treiben, kann aber auch anpacken. Also, das ist ein Mensch, der im Flow sein kann, gleichzeitig aber auch anpacken kann. Und auch das große Ganze sieht hier mit dem Dragon. Also, dieser Mensch ist definitiv auf eine Art und Weise spirituell, religiös oder sonst was. Also, dieser Mensch handelt nicht nur aus, ich mach's, weil ich's mach. Dieser Mensch hat einen gewissen spirituellen, religiösen Hintergrund. Das ist auch, was ich hier noch sehe. Sehr, sehr spannend, liebe Jungfrau. Dann gibt es noch eine Engel der Liebe Karte für euch. Liebe Jungfrauen. Oder auch zwei. Und zwar haben wir einmal, bleib optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben, positives Denken und Vertrauen während dir Glück in der Liebe bringen. Als erste Karte. Und zwar, ja, sehe ich hier genau das, was ich eigentlich gesagt habe. Bleibe optimistisch und manifestiere dir das für dich. Also, konzentriere dich nicht so sehr aufs Außen, sondern konzentriere dich auf das positive Denken und auf das Manifestieren. Und du wirst dir genau das anziehen, was du dir eigentlich wünschst. Und dann haben wir noch Gespräche von Herz zu Herz. Sobald dieser Mensch dann kommt, ihr werdet das sowieso tun. Weil hier dieser Überfluss an Gefühlen, das bringt direkt auch eine Offenheit mit sich, wo man auch darüber spricht. Also hier wird definitiv eine Offenbarung stattfinden, wo ihr offen über eure Gefühle sprechen werdet. Mit der Person, die ihr dann manifestiert habt. Genau. Dann gucken wir noch, liebe Jungfrau, was für ein Krafttier dich im März begleiten wird. Ein Krafttier für die Jungfrau im Monat März. Wow. Sehr schön. Ihr habt als Krafttier den Hirsch. Und der Hirsch steht für Öffnung. Vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Und damit sehe ich hier auch wieder den Magier. Also ich finde, die Karten passen hier sehr gut zusammen. Du darfst darauf vertrauen, auf deine Fähigkeiten, dir das zu manifestieren, was du dir wünschst. Auf deine, ja, was steht hier? Feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebungen. Du hast diese Fähigkeit. Also nutze sie auch, liebe Jungfrau. Du kannst dir das Leben manifestieren, den Partner manifestieren, den du dir wünschst. Das soll hier die Message sein. Yes, das ist, was ich heute für euch habe. Ich freue mich, wenn ihr das Video kommentiert, liked und den Kanal abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag und macht's gut. Tschau! Mua!